Wir steigen jetzt ein bisschen in die Welt der Bilder ein. Gerade hatten wir ja schöne Anschauungsobjekte auch zum Anfassen. Jetzt werden wir einige Bilder sehen. Das Thema ist sehr, sehr spannend, weil wenn man sich damit beschäftigt, dann merkt man, dass dieses Thema Steine in der Kunst, in der Kunstgeschichte, in unserer Kultur folgende Schritte abdeckt. Zuerst mal geht es um die Frage, woher kommen wir überhaupt? Diese Stichworte sind auch alles Stichworte, die in den Bildern vorkommen werden. Also Steine, die in Menhirn, Dolmen, in der ganzen Megalithkultur, das heißt ja nichts anderes als große Steine, ganz wichtig waren. Die Edelsteine, die Juwelen, dazu zählen dann auch Perle, Koralle und Bernstein, haben irgendwas mit dem Ursprung zu tun, mit der Frage danach, die Pigmente und die Farben werden uns beschäftigen. Dann gibt es im Zusammenhang mit den Edelsteinen natürlich auch den Glanz, das Licht, das Strahlen, die Sonne und das Gold, die da eine Rolle spielen. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass wir irgendwie so eine Idealvorstellung von uns und von unserem Leben haben. Und natürlich sind wir nicht immer so ideal, toll, wunderbar, perfekt, wie wir uns das so wünschen würden. Aber immerhin haben wir irgendwie dieses Ziel und deswegen habe ich das in die Mitte gestellt. Und letzten Endes führen uns diese Stichworte Glanz und Sonne und Strahlen auch in den Bereich, wohin gehen wir eigentlich eines Tages. Also diese ganzen Erfahrungen von Nahtoderlebnissen haben ja immer was damit zu tun, dass da ein ganz großes, leuchtendes, weißes, gleißendes Licht erfahren wurde. Und auch Vorstellungen wie das Paradies und das himmlische Jerusalem spielen auch eine Rolle, wenn es um Glanz und um diese starke Lichterfahrung geht. Ich habe das nochmal anders dargestellt. Zuerst beginnen wir mit den Steinen und dann gehen wir über die Edelsteine, über das Thema des Glanzes und des Lichtes zum Schluss zu den Vorstellungen, die mit dem Paradies in Verbindung stehen. Also zunächst mal geht es darum, dass uns Steine faszinieren, wenn sie so solitär irgendwo in der Landschaft stehen. Die Megalithkultur, die vor den Kelten in England verbreitet war, hat uns ja dieses berühmte Stonehenge hinterlassen. Oben ist einfach ein Foto von Stonehenge, so wie wir das heute sehen. Wenn wir das vergleichen mit dem Bild, unten diese kleine Schwarz-Weiß-Aufnahme von Constable, dann sieht man, dass sich da schon einiges getan hat. Das heißt, Stonehenge heute ist eigentlich eine rekonstruierte Version. Also man hat Steine wieder aufgerichtet, man hat die Steine, die mal runtergefallen waren, wieder oben drauf gesetzt. Also Constable selbst hat da noch eine ganz andere Situation vorgefunden. Diese Steine haben die Menschen ja unter ziemlich mysteriösen Umständen von weit entfernt an diesen Ort gebracht. Hat man die Experimentatelle Archäologie, die sich damit beschäftigt hat, wie das überhaupt möglich war, diese riesengroßen Steine über eine ziemliche Entfernung an den Ort zu transportieren, wo sie dann schletzlich aufgestellt werden sollen. Und natürlich hat diese spezielle Aufstellung auch was mit der Orientierung des Menschen in Raum und Zeit zu tun. Wir wissen ja, dass dadurch auch der Stand der Sonne und des Mondes genauer beobachtet werden konnte und dass man zum Beispiel das so ausgerichtet hat, dass die Strahlen zwischen zwei Steinen genau an der Sommersonnenwende nur dann zu sehen sind. Also solche Phänomene hat es auf der ganzen Welt gegeben. Stonehenge ist eben für uns das bekannteste und naheste. Ein Stein spielt auch bei den Griechen eine große Rolle. Diese Abbildung rechts stellt den Omphalos dar, den Nabel der Welt. Auch eine ziemlich große Skulptur, die überzogen ist mit einem seltsamen Muster. Und zwar sieht man hier so ein Netz oben drüber. Das soll ein Wollgewebe gewesen sein, was über diesen Stein gelegt worden ist. Und die Sage erzählt, dass dieser Stein ursprünglich von Zeus an den Tempel von Delphi gebracht wurde, in den Apollon-Tempel, Apollon, der Sonnengott. Und dass das eben das zentrale Heiligtum dieses Delphi-Orakels war, was 2500 Jahre in der antiken Welt ein wichtiges Zentrum und eine Ausstrahlung hatte. Also über 2500 Jahre wurde dieser Ort besucht und kultisch verwendet. Und Zeus hat den Stein dorthin gestellt, den sein Vater Kronos ausgespuckt hat, weil die Mutter von Zeus, Gaia, hat dem Kronos statt dem Kind den Stein zu fressen gegeben, weil der hat ja immer seine Kinder verschluckt. So? So? Untertitelung des ZDF, 2020